Servus Leute ich bin's wieder Mike mit einem neuen Video natürlich zu Dying Light 2 Stay Human und zwar möchte ich euch den zweiten DLC vorstellen. Wieder ein DLC mit Ausrüstung für euren Charakter und zwar nennt sich das ganze das Ronin Pack. Ist heute erschienen. Ich möchte euch das ganze einmal zeigen und vorstellen mit dem Trailer der heute veröffentlicht wurde. Dazu schauen wir jetzt einmal rein. Ich werde auch kurz mal das Video unterbrechen und mal zum Video oder zu der Ausrüstung was sagen. So. So Leute. Das ganze wieder aufgeteilt in drei Teile. Part 1 ist heute erschienen am 21. Februar. Ich kann euch gleich sagen Teil 2 erscheint am 23. Februar und Teil 3 am 25. Februar. Aber kommen wir erstmal zu Part 1. Da gibt es wie im ersten DLC natürlich wieder ein Bruststück. Einmal eine Hose und einmal eine Hose und eine Hose. Einmal ein paar Schuhe. Aber die Schuhe die sind definitiv nicht von Nike. Nike wird solche Schuhe nicht machen. So. Dann einmal zu Part 2. Wie gesagt am 23. Februar. Einmal gibt es die Kopfbedeckung. Einmal die Armschienen und einmal die Handschuhe. Schaut richtig richtig geil aus auf jeden Fall. So. Einmal das Beste zum Schluss wie ich finde in dem DLC. Das ist die Waffe. Schaut euch mal dieses Riesenschwert an. Das Schwert ist doch von der Länge so lang wie der Charakter oder? So schaut das ungefähr aus. Und diese geschwungene Linie. Das hat schon was auf jeden Fall. So. Das Ganze. Der letzte Teil erscheint am 25. Februar. Schauen wir uns das Video zu Ende an. Das ist wie das aussieht. Wie so ein moderner Samurai oder? So dieses weiß und rot. Und dieses lange Schwert rechts. Das sieht aus wie ein bisschen wie so ein japanisches Langschwert. Schaut es euch an. Und ist euch was aufgefallen? Warte kurz. Ganz kurz. Seht ihr das? Er hält das mit zwei Händen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass diese Waffe, die am 25. erscheint, ein zweihändiges Schwert ist. Und da werden auf jeden Fall der ein oder andere Kopf wieder auf jeden Fall rollen mit der Waffe. Schaut euch das mal an. Richtig, richtig geil. Und da ist wirklich ein Samurai abgebildet, oder? Schaut es mal an. Vorne das Bruststück. Also die Jacke. Auf jeden Fall nicht schlecht, Leute, oder? Also das werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Bei den Schuhen. Da, naja. Hm. Da halte ich lieber mal Abstand. Ist aber Geschmackssache. Das war's, Leute. Zum zweiten DLC. Ganz kurz noch zu erwähnen. Details. Hier einmal noch die Beschreibung. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Falls ihr das möchtet. Das Ganze ist heute erschienen. Eins muss ich dazu noch erwähnen. Ich zeige es euch ganz kurz. Werdet euch gleich auch sagen, warum ich das Ganze hier zeige. Und zwar, wie ihr seht, habe ich die PEGEL-Version. Ich bin aber, wie ihr unten rechts erkennen könnt, im deutschen Store. Das heißt, das sind die DLCs aus dem deutschen Store. Die funktionieren aber auch auf der Uncut Edition. Da braucht ihr euch absolut keine Sorgen machen. Ich werde euch, was das angeht, mit der Kompatibilität auf dem Laufenden halten, wenn die ersten Story DLCs kommen. So, Leute. Das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video von mir. Auf jeden Fall würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bleibt auf dem Laufenden, indem ihr die Glocke aufaktiviert. Liked mein Video. Könnt ihr es auch meinetwegen teilen. Kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. Ciao.